Die Legende des Verschollenen Die Legende des Verschollenen Die Legende des Verschollens 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 1% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 10% 8% 8% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Das ist ein Wunderbarer. Es ist ja nicht. Es ist ein Wunderbarer. Ich bin ein Wunderbarer. Ich bin es nicht so groß, ich kann es nicht so groß. Ich kann es nicht so groß sein. Ich bin es nicht so großartig. Ich bin ein Ex-Priate. Ich bin ein Schaden, jeder. Ich bin ein Schaden. Ich bin ein Schaden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. 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 I will touch you. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Oh, come on. Nein. Ich bin der Zorn Gottes und in meinen Händen halte ich sein Schwert. Ich suche einen jungen Mann namens Billy. Billy, die Kerze. Du suchst nach... Hallo, mein Name ist Tom Manson. Das hier ist Stuart. Und das hier sind die MacLyde-Brüder. Wir sind Texas Ranger. Für die Ergreifung des Wurschen ist eine Belohnung ausgesetzt. Wir glauben, dass er sich auf dieser Ranch aufhält und mit Viehdieben zusammenarbeitet. Angeführt von einem Mann namens Ferguson. Wir möchten Ihnen einen Besuch abstatten. Ich habe gehört, Ferguson hat eine Tochter. Jung, hübsch und... Halt die Klappe, MacLyde. Na, Adre, falls du mit diesen Schießreisen umzugehen weißt, wären wir für deine Hilfe sehr dankbar. Na dann los! Ich habe von einem Mann gehört, der die gleichen Waffen wie du tragen soll. Man sagt, dass man in die Augen des Todes blickt, wenn man ihm ins Gesicht schaut. Er soll aber kein Mann Gottes gewesen sein, sondern eher das Gegenteil. Wahrscheinlich sieht er jetzt schon die Radieschen von unten wachsen. Ich bin mit einem Schuss. Ich bin mit ihm ja. Er soll sich damit kommen. Das ist ein notified. Das ist ein gelesen. Untertitelung von SWISS TXT Es ist eine lange Zeit, wir uns vorziehen. Ja. Wir versuchen, die Paläten anzuschreifen. Wir werden sie ablegen. Das war nicht angestanden. Ich bin nicht angestanden. Das ist eine große Herausforderung. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Bitte? So... was habt ihr mit meiner molly gemacht ihr verbrecher ich werde euch töten es gibt die 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 Woher? Daher kann ich nicht. Ja, sieh. Genau. Keine Frister. Hier sieht man nichts. Ich habe sie nicht getötet. Hast du gehört? Ray, ich schwöre, mein Gott, ich habe sie nicht getötet. Nein, gehen Sie zu. Bleiben Sie den Pferd wieder. Auf einen Weg machen. Das ist ein Pisschen. Der Weg machen. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Ich bin der Wettbewerb. Oh, das ist alles wie. Ray, hör mir zu, Ray. Ich hätte schlafen sie. Ich habe sie nicht getötet. Hast du gehört? Oh. Ray, ich schmüre bei Gott. Ich habe sie nicht getötet. Rauf da, du Stück Scheiße. Gute, du Stück Scheiße. Gute, du bist nicht mehr. Gute. Gute, du bist nicht mehr. Gute, du bist nicht mehr. Ich mache auf단e, dass das nicht mehr ist. Diese ist nicht mehr. Schon mal ein Stück. Du bist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ich verheirte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Zeit, deinem Schöpfer entgegenzutreten, Junge. Das war's für heute. 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 Bitte, ihr dürft ihr nicht wehtun. Sie sind unterwegs zum Fluss. Ohne Pferd sind sie nicht mehr einzuholen. Sie dürfen nicht entkommen. Herr, was habe ich getan? Das war's für heute. 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 Das kann ich nicht. Das war's für heute. 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 Wir, vor allem Autosave. Aber wie scheiße, immer mal die Ohren fliegt. Gibt's denn? Das ist so geil! Streit aufgefüllt die Sonne! Ich biss dich! Was du immer tun soll, ist in deinem Klappergaule! Alter! Ja! Hm. Vater, was habe ich getan? Ja, wunderbar. Eine Kerze, aber drei Gräber. Der Goldschatz von Juarez wartet nur auf einen mutigen Jäger. Dieses Medaillon ist für dich, mein Schatz. Du sollst es immer tragen. Na los, leg es dir um den Hals. Was? Spürst du es in deinem Herzen? Nein. Die Eingradi... Mom! Beruhige dich. Bleib ruhig. Wo bin ich? Der Fluss hat dich fortgeholt. Der Fluss? Er hätte dich fast getötet. Du kannst jetzt niemandem helfen. Du musst dich ausruhen. Schlafe. Mein Medaillon. Ich habe es verloren. Mom, es tut mir so leid. Dann ist auch irgendwie, wie ich das mit dem Speichern... Schlafe. Oh Gott, es ist hier. Ich habe es auch noch nicht zuvor.